Hallo Leute, hier bin ich wieder, die E-Marmel Tough Life 2. Ja, wir waren das letzte Mal mit diesem tollen Luftbötchen durch die Gegend gedüst und stehen jetzt vor verschlossenen Türen. Ha, aber wir machen sie auf. Mann, sind wir schlau. Ähm, ja, wir schauen mal, was uns hier drin erwartet, denn wir standen wieder vor einem Tor und sind wahrscheinlich wieder auf der Suche nach einem Schalter oder ähnlichen, um durch die Tür zu kommen. Ha, und wir schmeißen mit Kisten um uns. Mann, sind wir cool. Ich bin voll, das nützt mir also nichts. Hier kann ich nicht reingucken. Ähm, ich habe aber so die Befürchtung, dass wir hier nicht allein sein werden. Deswegen... Was heißt hier Magazin, der... Ich wollte eigentlich nur schauen, ob ich ranzoomen kann, aber kann ich nicht. Das mag ich nicht. Oh, sieht nicht mehr ganz frisch aus. Klang. Ah, sowas ist immer schön. Kann ich nicht aufnehmen. Ah, was liegt hier für eine Waffe? Wir haben. Geht nicht. So. Ja, okay, wir haben keine neue Waffe, aber... Dafür haben wir jetzt genügend Munition von allem. Und irgendwie denke ich doch, dass hier irgendwo irgendwer ist. Ob ich das gut heißen kann, weiß ich noch nicht. Ja, okay, hier ist nichts weiter. Muni, die mir nichts nützt. Hm, Rienbichtonje. Okay, wie ich mir dachte, hier sind doch ein paar. Du, 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 du. Du, du, du. Irgendwo schwirrt's schon. Ich bin mir nur nicht sicher, wo. Wo schwirrt das Vieh rum? Oh, oh. Und da war's. Ist doch noch irgendwo einer. Wo versteckst du dich, die Schlinge? Das ist nicht nur einer. Oh, man. Das ist ja nervig, ein kleiner Biester. Wow, 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 wow. Na, Deckung. Das ist gemein. Abgeballert werden, plus, plus, dass ich noch mit Schnittern zu kämpfen hab, ist nicht nett. Das kann ich nicht gut heißen. Aber noch geht's mir gut. Also, kann mir das egal sein. Ich sehe, was dann ist mir... Oha. Kein Nerd. Ich mag Granatapfel. Ach du Scheiße. Alter. Ja, sowas bringt ein nur kurze Zeit Deckung. Mann. So ein Arsch. Man kann ich ja gar nicht leiden, du. Wieso ich den Tod kriegen? Habe ich ne? Hallo? Hallo? Scheinbar ja. Nein! Du Wichser! Oh, hier geht's drauf. Wee! Wee! Items! Äh! Klink! Hm. Die bösen Typen mit ihren Schutzschilden, die sind natürlich nicht ohne. ... Hey, ja, äh! ... Jaaa... muss man klein mal ein bisschen Randall hier nicht weil wer hat der kann aufgeheilt oft aufgeheilt ja ich würde jetzt sagen aufgeheilt bin ich das ist ein sehr kluges Wort so Kling Kling um ja wie kriege ich dich auf passen wir doch mal drauf fester sind immer ganz gut oh yeah Rock'n'Roll allerdings haben wir damit auch den Alarm ausgelöst das heißt es werden gleich noch mehr von unseren kleinen schießwütigen Freunden auftauchen jawoll geht sterben ihr Luschen oh yeah gut ich mag schießen die ich bin ich habe die 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 gibt mir ein Eure Knöchchen Lennlern Lennlern ihr kommt bestimmt auch nachschub die 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 in den dem nr ich habe schon wieder dämliche Melodien im Kopf Oh, blutig. Dup, 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 dup. Seid ihr tot? Nicht so ganz, ne? Oh, shit! Scheiße! So viel zum Thema Deckung. Was? Was, keine Muni mehr? Hier ist einfach Ballot. Geh wohl gar nicht. Hm. Es ist aber auch schießwürdig, der Jung. Oh, Alter! Habe ich dich? Ja, hab dich. Gebt mir eure Muni, denn ich habe keine mehr. Aber hier lag ja noch Zeug rum. Das ist ganz praktisch. Deswegen haben die ja so viel Zeug verteilt. Weil er hier einen ordentlichen Verschleiß hat. Aber jetzt bin ich wieder aufgefüllt. Und kleine Emas sind glücklich, so. Allerdings, irgendwo war doch hier so ein Heil-Immel. Das werde ich mir nochmal zu Gemüte führen. Denn meine Energie ist ein wenig... ...abgeschwächt. Und wir wollen ja nicht, dass uns ein dummes Malheur passiert. Irgendwas piept hier. Das macht mir Angst. Ich mag nicht, dass es piept. Ja. Wenn man sich direkt vor die Tür stellt und dann erwartet, dass die aufgeht. Und die aber in die Richtung aufgeht, in der man steht... ...geht's nicht. Logischerweise. Ha, ha, ha. Gott, bin ich wieder intelligent. So. Bist du jetzt eigentlich alle abgeschlachtet hier, oder? Wie sieht's aus? Auf ins Bötchen. Ich mag das Teil. Das ist schön. Und jetzt kommen wir endlich weiter. Wer hätte es gedacht? So, mal schauen, wie sagen wir noch mit dem Ding unterwegs sind. Eigentlich finde ich das hier ganz spaßig. Wow. Das hätte schief gehen können. Jetzt bombardieren die mich. Alter. Tinnitus. Mein Gott. Nein, das war... Ähm, ja. Ja, schön, wenn ihr euch in meinen Weg stellt, dann seid ihr halt... ...zum Tode, verdammt. Und ihr auch. Euch rum sich alle nieder. Ist gar nicht gewalttätig, was ich hier mache. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, oh, fuck. Juhu. Meine Fresse. Oh, shit. Alter. Der arme Mann ist bei Taub. Und das so weitergeht. Puh. Wow, das war echt heftig jetzt. Krass. So, mal schauen. Jetzt ist es gerade etwas ruhiger. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe erst mal. Aber wer weiß, wie lang. Ich denke... Ich denke... Ups. Ich muss es schon wieder hören. Oh, warte. Hier sind, glaube ich, Items. Aha. Meins. Gibt's? Gibt's mir? Kann ich nicht? Okay. Gibt's hier noch mehr? Gibt's hier noch mehr? Scheinbar nicht unbedingt. Hm. Dann würde ich sagen... Schwingen wir uns wieder auf unser Boto-Mobil. Und wahrscheinlich muss ich erst mal ein bisschen Anlauf nehmen, wenn ich das richtig sehe. Brems. Das wäre zu viel Anlauf. Oh, spritzt hier ständig Wasser. Ich habe immer Angst, da kommt wer. Und will mich hauen. Ich will aber nicht verhauen werden. Ich mag nicht. Verhauen ist doof. Jihau. Wow. So, wo muss ich lang? Das habe ich nämlich... Ah, jetzt schon wieder vergessen. Damn you. Fuck. Ich saus mal hier dann. Okay. Ich stehe mal wieder vor verschlossenen Türen. Und schießen kann ich mit dem Teil nicht. Das ist natürlich auch herrlich. Immer dieses Wasser gespritzt. Was soll das? Amin, Ruhe. Ups. So. Hat der Typ auf mich geschossen? So geht's. Hm. Ich glaube, hier bin ich wieder nicht ganz allein. Deswegen muss man wieder ein bisschen auf der Hut sein. Oh, oh. Kann es sein, dass ich eine andere... Oh, ich habe einen Revolver. Deswegen haut es das so weg, ey. Alter, falter. Nett, nett. Gefällt mir. Allerdings habe ich da wahrscheinlich... Ja, okay, da habe ich jetzt noch nicht allzu viel Muni. Deswegen bleibe ich lieber bei meiner normalen Pistole. Und wieder Maschinengewehr Muni. Das ist sehr schön. Die braucht man immer sehr nötig. Ich glaube, die wollen mir nach meinem Leben trachten. Oh, fuck. Okay, da hat es geleckt. Und da leckt es immer noch. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, triff endlich, du Lusche. Wo muss ich denn lang? Hier. Da rein. Äh. Okay, hier habe ich erstmal ein bisschen Deckung. Warum leckst du jetzt? Das ist... Oh, Mann, das ruckelt. Was soll der Scheiß? Ich glaube, Hubschrauber mag er nicht. Das ist wieder der eindeutige Beweis, dass ich ein... Ah! Eine neue Grafikkarte brauche. Shit! Ja, ich habe es einentuig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020